Und ich werde jetzt was machen, was noch niemand gemacht hat. Ich werde eine Belohnung aussetzen. Und wer das schaffen sollte, da setze ich eine Belohnung von 10.000 Euro aus. Hallo liebe Mund, schön, dass ihr am Start seid. Heute mit einem etwas anderen Intro mit Sami zusammen. Wir haben hier, schaut euch das an, ich zeige euch das mal direkt. Das ist ein ganz besonderer Döner, den ich euch heute zeige in Soltau. Das blende ich gleich nur mal einzeln ein. Und ich werde den ersten hier mal selber eben einmal draufstecken, Sami. Sehr gut. Das ist ein ganz besonderer Döner mit einem Vagio-Anteil. Vagio-Anteil, wir haben Kalb, wir haben normales Fersenfleisch, wir haben Dreier-Mix. Nur Vagio wäre nicht rechenbar, dann kostet ein Döner zum Schluss 25 Euro, das will keiner. Ja, und den will ich euch heute vorstellen. Ich bin sehr gespannt, ey. Also Fleischqualität ist das A und O beim Döner. Wenn das stimmt, dann geht alles. Du kannst mit Brot um allen noch versauen und auch das Fleisch kann trotzdem was Falsches sein. Und falsch zusammengesteckt, falscher Fettanteil, aber Potenzial ist hoch. Und du erzählst gleich selber, was ich übernehme, die Kamera. Für euch nochmal ganz kurz hier, der gute alte Holle wieder aus der Hand. Einmal hier nochmal das Fleisch ganz nah. Der Spieß einmal für euch auch schon mal. Also ich danke euch auch nochmal für eure Empfehlung. Ich hoffe, ich kann das Kommentar noch finden. Bei dem Kommentar. Sami, erzähl mal ein bisschen was von deiner Seite. Ich habe dich hier links liegen lassen die ganze Zeit. Ja, alles gut. Ja, wir sind seit zwei Jahrzehnten fast im Geschäft mit Döner gewesen. Und haben über die Jahre hinweg immer neue Sachen ausprobiert, sag ich mal. Und so haben wir uns entschieden, kleiner aufzutreten, aber das Produkt möglichst auf maximalen Niveau dem Kunden vorzulegen. Stark, stark. War Jesus danach auf dem Weg mit dir dabei? Der war immer dabei. War immer dabei? Der hat das auch mit uns hier aufgebaut zusammen, hat uns gesegnet, hat dich zu uns geschickt. Ich sage immer, es ist alles kein Zufall, es hat alles irgendwie seine Bestimmung. Ganz genau. Was ist das, Sami? Das ist Kalbsfleisch, Kalbskugel. Okay. Rind ist klar, nimmt man Oberschale. Kann man auch kurz gebratene Steaks nehmen, ist aber nicht so das, worauf ich stehe, weil das trocknet mir meiner Meinung nach viel zu schnell aus. Kenner wissen, man nimmt für Döner eigentlich Oberschale aus dem Rind. Okay. Wollen wir dein Kühlhaus mal angucken? Das hast du eben noch, da hast du das Fleisch wahrscheinlich drin auch. Genau. Fangen wir hier vielleicht kurz an. Das sind unsere Soßen, machen wir alles selber. Salate werden alle selber gemacht. Das Brot kriegen wir geliefert. Wir haben angefangen selbst zu backen, aber durch Personalmangel und andere Gründe mussten wir erstmal aufs Eis legen. Ja. Und da stärkt ja auch oft Leute das, was wir immer sehen, weil ich schreibe immer, weil ich frage, ist Brot self-made? Ja, es kann besser sein, muss aber nicht. Es kommt ja auch vom Bäcker. Dann gibt es die kleinen Bäcker, die haben vielleicht mehr Erfahrung und ein gekauftes Brot kann besser sein, genauso wie gekauftes Fleisch auch, muss man einfach so sagen. Wir benutzen da aber auch ein hochwertiges Steinofenfladenbrot, das gibt es hier so auch nicht. Geil. Ein Steinofenbrot ist das aber schön. Und das ist euer schönes Fleisch hier? Hier ist unser Wagyu-Fett. Ah, das ist Wagyu-Fett. Also überall wird auf Qualität gesetzt. Das ist ganz, ganz hochwertig. Jeder weiß, wie Wagyu gehalten wird. Ja, ja. Das sind ja bessere Tierhaltungsbedingungen auch. Klar, auf jeden Fall. Wächst viel langsamer heran, ist dadurch saftiger, ist dadurch aromatischer und das Fett ist auch ganz was anderes. Stark, ja. Unser Kalbsfleisch ist noch nicht mariniert. Ja, ja. Da geht mir das Herz auf, Saumi. Wie viel Wagyu ist drin in eurem Dünner? Das ist Betriebsgeheimnis. Geil, das ist okay. Die Anteile, die will ich für mich behalten. Auch den Fettanteil, das sind... Aber nicht 3% so für die Werbung, ne? Du willst es ausschmecken. Okay, geil. Dann gucken wir hier mal, Leute. Hier wird der Spieß zu Ende gesteckt. Ja. Viele mögen das nicht, wenn du diese Fettstücke im Mund hast. Um das zu vermeiden, wolfen wir unser Fett. Wolf dir das, ne? Schön pressen. Das ist ganz wichtig, damit die Hitze nicht unbedingt gleich ins Innerste des Spießes dringt, sondern außen wirklich versiegelt. Deshalb muss sie angepresst werden. Genau, genau. Ich habe mal gezählt, das sind über 100 Schichten bei meinen Spießen. Es gibt auch noch höhere Spieße. Wie viel kostet dein Döner vielleicht schon mal an der Stelle? Mein Döner kostet 97. Das ist trotzdem 97. Ja, ja. Stark für die Quali. Aber da bleibt doch kaum was hängen, sei ehrlich. Ich bin ehrlich, wenn wir nur Döner verkaufen würden, würde kaum was hängen bleiben. Ja. Wir haben viele Nebenprodukte und wir sind dankbar, dass auch die gut verkauft werden. Und so an Döner an sich, da bleibt nicht viel über, ne? Fast 150 Gramm Fleisch pro Döner plus 35, 40 Prozent im Rohbereich rechnen. Radverlust, ne? Radverlust, genau. Einige kennen sich natürlich mit den Preisen nicht aus und für die ist das dann manchmal zu viel. Aber Leute, das ist wirklich sehr, sehr fair kalkuliert. 100 Prozentig. Man muss auch sagen, fair wäre in dem Bereich auch, wenn man jetzt keine anderen Nebenprodukte hat, da wäre sogar, muss ich sagen, bei der Qualität ein 10er wäre gerechtfertigt. Wäre fair. Ja. Aber die Leute sind noch nicht so weit. Ne, die Leute sind noch nicht so weit. Durch deine Arbeit, muss ich sagen, werden die Leute auch aufgeklärt, was das betrifft. Und das hat schon viel in Bewegung gesetzt, ne? Wenn wir auch wollen, dass gutes Fleisch ankommt, auch unter besseren Tierhaltungsbedingungen, müssen wir bereits einen 10er auszugeben. Und da kann ja jeder denn für sich selber wissen, habe ich das Geld oder möchte ich es ausgeben? Ja. Ist jedem selbst überlassen. Freue ich mich auch immer, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren, aber die Gastronomen können nichts dafür, wenn sie so einen Döner für einen 10er anbieten. Ja. Oder sie schrauben mal eine Qualität runter. Ganz genau. Und habt ihr manchmal das Problem oder das Gefühl, wenn der Spieß länger hängt zum Schluss, dass er da trocken ist als am Anfang? Das kann man nicht immer vermeiden, deswegen rate ich da auch meinen Kunden, mittags verzichtet Leute, verzichtet auf die Soßen, schmeckt das Fleisch raus, da ist absolut keine Soße notwendig. Das Fett, die Gewürze und der Fleischstoff, das verbindet sich alles und das ist an sich schon Soße. Ja. Aber treffe immer wieder Leute, die wollen trotzdem die Soßen haben. Ja klar. Die haben wir deswegen auch dringelassen. Und das ist auch interessant, Leute, dass man weiß denn zum Ende, wenn man jemand ist, der tatsächlich mal gerne ohne Soße ist, mal mit. Genau. Zum Abend hin, er mit, vorher geht ohne, das ist, die Erkenntnis habe ich auch spät erst getroffen. Dann bin ich auch zu Dönerläden abends gegangen, habe ohne Soße genommen, habe mich gefragt, warum es trockener ist. Das ist ein logisches Ding, vor allem wenn du ohne Zusatzstoff arbeitest, so wie ihr. Das wollte ich mal was natürlich unterbinden. Also wir haben gar keine Bindemittel, gar nichts drin, es ist Natur. Phosphat wird das ja nochmal anders aussehen lassen. Genau. Damit kannst du alles verkleben und verbinden, aber darauf verzichten wir und stocken dann halt mit den Soßen am Abend nochmal auf. Ja. Und dann wird nochmal der Feinschnitt gemacht, das habe ich ja davor auch schon, das siehst du hier. Ja. Den Rest, den wolf ich und tu oben drauf. Ah, geil. Hast du vielleicht bei Tombowl schon mal gesehen. Ja, Tombowl macht es auch so. Das war's schon. Okay, geil. Geil. Alles was überbleibt, geht zurück. Der Rest wird gewolft, das zeige ich euch auch einmal. Hier haben wir noch ein dickes Raghi-Stück. Boah, geil. Das sind so Stücke, die kann ich natürlich nicht in den Spieß anarbeiten, die haue ich mir dann auch direkt. Ja, brauchst du auch mit rein, ne? Stark. Also wirklich das Hackfleisch an sich ist auch schon eine Femiumvariante. Sehr gute Quali, ne? Ja. Das war's. Das wird dann noch einmal zu einem Ball geformt. Das war's. Okay, geil. Beim Einrollen hilft mir mein Vater. Zeig dir noch einmal. Das war's. Okay, geil. Hier komm ich jetzt raus und guck mal, da drüben ist schon der Food Truck. Jetzt wird der hier rüber kutschiert. So, Ampel rot, die können rüber. Geil. Ist auch nicht ganz ungefährlich immer, ne? Glaube ich. Wenn der mal 100 Kilo wiegt irgendwann, brauche ich den Gerät, um das rüberzutragen. Ja, auf jeden Fall. Schön großer Food Truck hier, größer als gedacht. Ja, das ist ein extra großer. Von der Breite auch besonders, dass man sich frei bewegen kann. Ja, sonst sind die immer sehr eng. So, der braucht dann maximal eine halbe Stunde und dann ist der Verzehr bereit, ne? Okay. Ja, guck mal, hier kann man sich frei bewegen. Das ist ein schöner Food Truck. Cheesecake und so eine Kleinigkeit, ne? Vor dem Braten ist das hier nochmal so der schönste Anblick. Aber wenn's richtig kross ist, sieht's auch heftig aus. Dann sieht's auch super aus, klar. Ist der mit Kurkuma hier das Weißrausch? Der ist mit Kurkuma, ja. Mit Kurkuma, krass. Stark, stark. Sehr gesund. Was wir auf jeden Fall machen, wir nehmen zwei Runden. Eine Special Runde und eine normale Runde. So mit Special und Soßen und hier und da und dann wie immer bei mir ohne Soßen. Ist auch immer ein schönes Ding, wisst ihr? Dieser Grundcheck. Funktioniert es ohne Soßen? Ich muss es immer wieder sagen. Qualität abchecken. Danach kann alles passieren. Mit Soßen alles super. Qualität abgecheckt, dann kann's nur besser werden. Was heißt, kann es nur besser werden? Das nicht. Aber Soßen können natürlich auch immer ein Upgrade sein. So, von außen auch, ihr Lieben. Da ist er von außen. Direkt an der Straße. Hier ist der hauseigene Wagen. Also, er ist gerade am Braten hier. Ich muss noch mal sagen, Rudi, also es ist ja immer so, ne? Schon so oft war ich dabei, das Spiel ist fortgesteckt. Man war hyped und es war so vielversprechend. Aber die Realität sieht oft, sag ich mal, oft anders aus. Und dann performt es nicht so gut, wie ihr euch wünschen würdet. Ich sag mal, bei mir eine 8,5 ist sehr, sehr stark. Die Leute sind dann trotzdem enttäuscht und sagen, wieso nur eine 8,5? Da ist ja kaum noch was nach oben. Und ich hab ewig gebraucht, überhaupt einen 8,5er Döner zu finden. Oder mehr als einen. Und ja, natürlich kann es passieren, das trotzdem nicht so gut gefordert. Ganz offen, ganz ehrlich bewerten. Da ist keiner von uns hier sauer, wenn es auch auf 7 oder 6 ist. Übrigens auch noch mal kurz erwähnt, kein Schwein drin. Viele denken bei Christen vielleicht Schwein drin. Nein, ist kein Gyrospieß. Kein Schwein. Ja, dann legen wir los. Sehr gerne. Einfach Zwiebeln, Tomaten, keine Soßen. Ja. Das war's. Wir haben jetzt die zweite Schicht, Leute. Wie gesagt, eine der besten Schichten jetzt hier. Genau. Sau saftig. Guck mal, ich kann es hier nochmal so ein bisschen draufdrücken. Guck mal, wie das rausläuft an Saft. Ich habe einen ganz besonderen Steak Pfeffer. Hast du Lust auf sowas auch? Den male ich auch selber. Minimal, aber auch nicht zu viel gerne. Ist auch ein ganz besonderer. Den malen wir selber. Ja. Sonst würde ich sagen, lassen wir es so stehen. Lassen wir es so stehen, genau. Der Geruch steigt nach oben. Wie oft habe ich es in diesem Moment gehabt, aber ich liebe ihn einfach. Selbst das unterscheidet sich bei allen Dünnern so hart. Bei manchen ist es einfach die Gewürze, die aufsteigen. Bei manchen die Soße. Bei manchen das Brot. Und hier ist so ein hartes Grillfeeling. Grillfeeling wie einfach vom Grill ganz normal geröstetes Fleisch. Ganz krosses Brot. Unser Krossesser bis Tomate. Ich warte auf das Fleisch. Immer noch viel Tomate. Fleisch lässt noch auf sich warten. Dann kommt er von der Intensität an. Salz prescht durch. Aber angenehm. Schön prickelnd. Warte auf das Fleisch, Leute, vom Geschmack. Ich warte auf das Fleisch. Ich habe bis jetzt noch keinen Fleischgeschmack gehabt. Wir haben eine maximal intensive Tomate. Das ist das, was ich eben meinte. Klar haben wir Tomate, aber das glaube ich immer... Das sieht jeder. Kann ich euch nicht erzählen, aber die Frage ist, was du spürst im Mund. Andere Döner haben auch Tomate. Was schmeckst du das Fleisch? Oder das Brot? Oder die Soßen? Hier bisher die Tomate sehr durchdringend, aber das Fleisch kommt nicht an. Hier unten ist King, Leute. Hier unten ist King. Du merkst, es ist das Fett, was hier gerade den Kick gibt. Nicht das Fleisch. Das ist ein ganz durchdringender, herber, schöner, tiefer Fettgeschmack. Geht langsam rein, wird intensiver. Richtig Steakartig. Schöne Größe auch vom Döner. Kein Kamerabonus. Also fassen wir zusammen. Weicher Biss. Geschmeidig, richtig weich, zart. Fleischgeschmack eher im Hintergrund. Fettgeschmack peitscht nach vorne. Bringt den Döner nach vorne, macht ihn zu dem, was er ist. Ein sehr guter Döner. Brot auch anders. Auf gewisse Weise ein Wiedererkennungsfaktor von anderen Broten, aber irgendwo schon seinen eigenen Charakter, aber sehr passend zum Döner. Sollte jetzt nichts mehr passieren, sehen wir uns bei dem zweiten Döner. Mit den Special-Soßen, Special-Salat. Manchmal sind es die Döner, die dadurch trumpfen. Ja, es kommt auch so, aber vielleicht halt nochmal einen ordentlichen Kick nach vorne kriegen. Jetzt kommt der Fleischgeschmack, ganz nebenbei nur. Da kommt nochmal ein Überraschungsgast von hinten heraus. Sehr gut. Also Dich, sehr starker Döner. Habe ich gesagt, sehr starker Döner. Danke Dir. Ich muss gleich noch überlegen, Bewertung. Ein sehr einzigartiger Fettgeschmack. Er kam etwas später als gedacht. Schön durchtrinkt. Sehr geiler Fettgeschmack. Sehr gut. Freut mich. Also sehr geschmeidiger. Dezenterer Döner als ich dachte, aber hat absolut seinen Charme. Super geiler Döner. Sehr gut. Wir werden gleich die andere Variante noch versuchen. Ich habe mir gerade ein Special überlegt für die Zuschauer. Ja. Weil ich merke gerade, wie ich im Game bin. Ich bin so heiß wie noch nie. Die besten Döner zu finden. Das bringt mir so Spaß. Denkt nicht, Holle schläft. Die Mission wird niemals enden. Und ich werde jetzt was machen, was noch niemand gemacht hat. Okay. Ich bin gespannt. Ich werde eine Belohnung aussetzen. Okay. Für den da draußen von euch, der mir den besten Döner Deutschlands beziehungsweise inklusive Österreich, Schweiz, Luxemburg, egal was. Kern ist es, einen besseren Döner als den von Fairhat zu finden. Okay. Und wer das schaffen sollte, da setze ich eine Belohnung von 10.000 Euro aus. Boah. Ja. Ihr habt es gehört heute, ne? 10.000 Euro. Ich will einfach. Ich habe dich fast hängen lassen. Alles gut. Ich weiß, es ist möglich. Ich weiß, es wird passieren. Ich liebe Fairhat, aber Fairhat, deine Zeit muss bald vorbei sein. Kuss geht raus. Wenn ihr eure Empfehlungen habt, sonst was, schreibt es in die Kommentare. Schreibt was geiles, damit ich auch check, dass es Potenzial hat. Bei was richtig geilen, potenziell geilen, fahre ich hin und wir rocken lassen. Sehr gut. Okay, Kuss, dann geht es jetzt weiter mit Runde 2. Also, Habanero und Curry-Mango, die kombinieren wir mit dem Sprossensalat. Wahrscheinlich auch kein großer anderer Salat mehr, ne? Nicht viel Schneeckstack, also bisschen Kohl, bisschen Salat vielleicht noch. Okay. Aber dominierend soll der Sprossensalat sein. Ja, der macht gerne ein bisschen davon noch rein, sodass du da die Erfahrung hast und dann testen wir das. Wow, Sprossensalat. Ja, wir brauchen ein paar Runden, bis der schön Form annimmt nochmal. Ja, jetzt sieht man noch mehr die eigenen Schichten sogar, ne? Genau. Die hat ordentlich Schärfe, ja? Ja, die hat ordentlich Schärfe, ja. Geil. Dann bringst du mir den noch raus? Perfekt. Danke, danke. Und dann gleich gebe ich gleich Feedback wieder. Soße kommt direkt. Aber sehr geil. Ich dachte übernimmt komplett. Aber gibt echt nur so ein gewisses Zeitblick. Am Anfang, wenn du jetzt nicht wüsst, was für eine Soße ist, weißt du sogar nicht genau, was. Du merkst die Soße? Hat ja vielleicht auch Fleischmarinade sein können, im ersten Biss zumindest. Dieser sahnige Joghurt ist halt shit. Äh, dieser sahnige Sprossensalat. So wie beim Kohlsloh, die Marinade, nur dass du Sprossen drin hast. Und dieser plötzliche Cut im Döner. Du hast dieses Fleisch, du hast die Soße, dieses Mangolastige und bam, gehst in dieses cremige Sahnige rein von dem Kohlsloh-ähnlichen Salat. Maximal geiler Moment. Ich wollte es gerade sagen, da ist Mais drin. Hätte es nicht für möglich gehalten, es bockt hart. Vielleicht sieht man es jetzt. Das ist nur ganz dezent. Jetzt kommt die Schärfe rein von der Cabanello-Soße. Ganz dezent, aber super. Der Sprossensalat als Gegenspieler zu dieser scharfen Soße. Ganz ausgekühlte, geile Kombi. Jetzt dieser Lollobiondo-Salat. Gib frische rein. Gib nochmal einen anderen Drive rein. Schärfe geht richtig, die Nase hoch ein bisschen. Also die Kombi ist nochmal ein Stück stärker, Leute, als das Ding eben. Muss man einfach sagen. Was ein brillanter Döner. Und was ein geiler Königsbiss. Also Außendiagnose hätte ich gesagt, scheiße, Königsbiss bestimmt verkackt. Weil das Fleisch nicht richtig platziert war, nach unten entkommen Fleisch. Aber diese Kombi aus der Sahne von dem Sprossensalat und dem Fleisch, das Fett, das da runtergelaufen ist, dieses schöne Vacuum-Fett war ein maximal heftiger Königsbissen. Es kämpft sich das Fleisch sogar durch, durch den ganzen anderen Kram. Saftig, kernig, das Fleisch ist gefühlt so, als würdest du drauf beißen. Als wäre da eine richtig schöne Fettschicht eingebaut, das explodiert und lässt nochmal Saft frei. Da muss ein Vacuum-Stück gewesen sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die Schicht ist noch besser, die er jetzt geschnitten hat. Mit Sicherheit. Ich kann nur das bewerten, was wir bekommen haben. Aber dass sich das Fleisch jetzt hier durchkämpft und vorher nicht, das kann ja nur daran liegen. Der Maul brennt aber angenehm, Leute. Was für ein Zufall. Jetzt muss ich nicht mal den Kommentar einblenden. Der Mann, der uns den Tipp gegeben hat, ist hier zufällig. Moin, grüß dich, mein Lieber. Moin, hi, grüß dich. Du hast das Kommentar geschrieben, auf das ich hier bin, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau. Geil, geil. Bester Dönerladen hier im Heidekreis. Schön, dass du hier bist. Ja, bester Döner im Heidekreis ist schön gesagt. Ja, das ist ja definitiv. Also, wie jeder, der nicht glaubt, kann gerne vorbeikommen, sich überzeugen. Aber das ist ein Knaller. Total, total. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Und jetzt werde ich den Jungs vielleicht Feedback geben. Ja? Ich muss noch überlegen wegen Bewertung. Ja. Aber das wirst du dann spätestens im Video. Ich muss mir den Klick sparen. Ja, ich freue mich. Super, alles klar. Schöne Zeit. Danke dir. Guten Hunger. Ciao, ciao. So, ich gebe dir jetzt mal Feedback. Ja. Also, pass auf. Dein Döner war mega heftig. Es gibt eigentlich wenig bis gar kein Verbesserungspotenzial. Okay. Ich hätte vielleicht gesagt, ein bisschen mehr den Fersenanteil noch hoch, statt dem Kalb, dass so ein bisschen mehr Fleischpower ist. Okay. Aber das ist ja auch immer abhängig von der Schicht. Welche Schicht isst man? Genau. Ist mal so, mal so. Brot, denke ich, ist auch leicht Aufwässerungsbedarf, aber trotzdem geil. Okay. Sonst könnte ich dir jetzt einen Vortrag halten, der achtmal so lange dauert. Aber das haben die eben drüben schon gehört, weshalb der die Bewertung bekommt, die ich ihm jetzt gebe. Er kriegt ohne Soße von mir eine 8,4 mit 8,6 und ist somit der beste Döner im Heidekreis. Sehr gut. Freut mich sehr. Sehr gerne. Danke für deinen Besuch auf jeden Fall. Sehr gefreut mich nicht dafür. Sehr gerne. Denkt an den Daumen oben. Ja, man. Korrekt. Korrekt. Auf jeden Fall. Und an euch kurz haut die Kommentare voll. Denkt dran. 10.000 Euro Belohnung habe ich ausgesetzt. Kurz geht an alle. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Sanfte. Vielen Dank.